Wie ist der Musikstil der Tradimix? Vor 30, 40 Jahren hat sich ein neuer Musikstil etabliert, der nennt sich Tradimix. Es wurde versucht, bayerische Melodien oder alpenländische Melodien mit anderen Rhythmen oder anderen Klängen zu vermischen. Und wir hatten das Glück, kurz vor Corona-Ausbruch den legendären Zittermanne in Germering auf der Bühne zu sehen, zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum und waren da so begeistert, dass ich quasi ihm zu Ehrenfeld ein Tradimix-Stück geschrieben habe. Das heißt, ja kirste nachher, du Wind, du Staubiger. Oder für nicht-bayerischsprachige Zeitgenossen, guten Tag, du stark bewegte, staubgeschwängerte Luft. Oder für nicht-bayerischsprachige Zeitgenossen, guten Tag, du stark bewegte, staubgeschwängerte Luft. Oder für nicht-bayerischsprachige Zeitgenossen, guten Tag, du stark bewegte, staubgeschwängerte Luft. Oder für nicht-bayerischsprachige Zeitgenossen, guten Tag, du stark bewegte, staubgeschwängerte Luft. Oder für nicht-bayerischsprachige Zeitgenossen, guten Tag, du stark bewegte, staubgeschwängerte Luft. Oder für nicht-bayerischsprachige Zeitgenossen, guten Tag, du stark bewegte, staubgeschwängerte Luft. Oder für nicht-bayerischsprachige Zeitgenossen, guten Tag, du stark bewegte, staubgeschwängerte Luft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020